Hallihallo Hallöchen, wir spielen wieder mal Snowrunner. Und zwar heute mal auf der Playstation 5, das erste Mal. Und ja, ich habe mal den Tatra genommen und wir wollen gleich mal hier mit der Rallye starten. Ich weiß zwar noch nicht, wo es durchgeht, aber wir schaffen das, glaube ich. Ich glaube, ich habe nicht das richtige Fahrzeug. Er ist einfach zu langsam. Aber der würde sicher überall durchkommen. So, ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Das ist hier wirklich eine Rennstrecke. Boxenstopp. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal einmal rum. So, ich würde sagen, wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen. So, acht Räder eingetrieben. Da kann gar nichts mehr schief gehen. So, ganz alleine ist es irgendwie noch langweilig auf der Rennstrecke. Also, ehrlich gesagt macht mir das auch mehr Spaß, wenn ich da irgendwelche Missionen machen muss. Okay. Okay. Komm, wir räumen den mal an die Seite. Ist sie bestimmt eine Mission, aber... ... So räumen wir mal die Strecke frei hier. Der läuft ja noch. Warte wir fahren hier zur Boxenstopp. So, ich fahr mal zurück in die Werkstatt. So funktioniert das nicht. So. Okay. Okay. Vielleicht musste ich doch das Teil hier her holen. Ich habe das schon fast gedacht. So, dann holen wir mal die Karre und schleppen die da rüber. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, komm schön. Wir schaffen das. Muss der nicht dahin oder was? So, ich gehe jetzt trotzdem in die Werkstatt. So. 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 Sieht jedenfalls nicht so aus. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Hauptmenü. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht noch was runterladen können. Aha, da kommen wir mal rein. Und... Jetzt schauen wir mal, ob wir da was Passendes finden. Oh, geht noch lang, bis es lebt. Okay, so wie es aussieht, muss es jetzt... Es ladet doch meine Mods runter, muss ich sagen. Okay, jetzt kommen sie dann langsam. Ich schaue mir eigentlich immer die Bilder an. Und wenn mir was gefällt, dann nehme ich das. Ich weiß zwar nicht, warum sie alle aus sind. Das wäre doch hier das richtige Fahrzeug, da kann man sicher überall durch. Ob es nicht so ist. Und... Es gibt aber viele. Ich glaube, wir nehmen das. Das Badmobil, das alte. Sieht jedenfalls so aus. Abonnieren. Es wird heruntergeladen. Gucken, wie schnell es geht. Dauert wahrscheinlich ewig. Wir gucken mal schon weiter. Jetzt hat er sich keine Murz. Jetzt möchte ich mich vermirschen. Das Badmobil. Das Badmobil. Jetzt gehen wir mal wieder ins Spiel. Im Shop. Da ist er nämlich. Das ist wirklich das Badmobil. Das Badmobil. Das Badmobil. Das Badmobil. Das Badmobil. Das Badmobil. Zu wenig Geld. Komm, wir fahren mal eine Runde. Werkstatt verlassen. Läuft der? Boah, der läuft. Warte mal. Ich komm nicht rum. Tö, scheiße. Okay, der geht gut. Jawohl. Was Badmobil kann, kann ich auch. Was? Warte. Das war Absicht. Das ist auch Absicht. Oh shit, jetzt ist auch noch was kaputt gegangen Oh, der ist richtig schnell Kann ich kaum auf der Strecke halten Jetzt kommt der Sprung Der Ultimative Läuft noch Komm spring an Das andere Fahrzeug Muss ich wahrscheinlich da in die Werkstatt ziehen Okay Kann ich den Track nicht wechseln? Nein. Also es ist schon irgendwie cool. Da oben ist der Sportwagen, den ich eigentlich holen muss. Okay, aber das kann ich mit der Karre hier nicht machen, aber ist auf jeden Fall lustig. So, gucken wir, was wir noch im Shop haben. Nein, wir gucken gar nicht, ob wir noch im Shop haben. Wir sagen erst mal für heute, das Badmobil geht jetzt schlafen und wir auch. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann dann, tschau tschau. Amen. 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 Amen.